So hallo, wir machen weiter mit einer Runde Fortnite. Letztes Mal haben wir, ja, im Moment spielen wir relativ normale Runden. Also es ist eigentlich nichts wahnsinnig Spezielles, was gerade abläuft. Wir sammeln halt Kills und versuchen gut zu spielen. So kann man das bezeichnen. Und somit nähere ich mich dem Level 100 umso schneller. Und wenn wir das haben, dann würden wir auch nur noch spielen, wenn es notwendig ist. Das heißt, wenn neue Missionen kommen und so weiter. Wöchentliche Missionen, aktuell steht immer noch aus die Boogie-Bombe und das Angeln. Ich habe es leider noch nicht hinbekommen, eine Waffe zu angeln, um mit dieser Land kämpfen zu können. Das werden wir jetzt mal versuchen nachzuholen. Man kennt es. So. Äh, wo gehen wir denn mal hin? Gehen wir denn mal hin? Wir gehen mal da rüber. Da waren wir schon länger nicht mehr. Aber es ist bisher mir auch nicht so richtig gut ergangen, wenn ich da drüben gestartet habe. Aber nein. Wir gucken mal, was passiert. Wir gucken mal, was passiert. Ist überhaupt ein Angelhäuschen irgendwo an der... Da ist gar kein Angelhäuschen, ne? Da ist überhaupt gar kein Häuschen. Da ist ein Mäuschen. Da ist ein... Da, da, da gehen wir hin. Da dürften wir jetzt erstmal Ruhe haben. Ich glaube nicht, dass die Leute bis hierher kommen zum... Zum Starten. Zumindest selten. Doch, erstmal eine kleine Waffe. Äh, ach, lol. Erstmal blind sein. Alles easy. So. Na, nicht so. So. Ah, das ist das gleiche. Ups. So. Oh, wir sind sogar in der Zone. Sehr praktisch. Sogar ziemlich mittig. Let's go. Ah, das ist schon wieder das gleiche. Mein Gott. Ich lerne aber auch nicht, wie die Dinger aussehen, ne? Sehr gut. Und dann können wir den kleinen Revolver auch erstmal mitnehmen. Weil, warum nicht? Oh, hier sind jetzt allerdings doch auch schon Schüsse. Das ist gar nicht mal so gut. Nicht von da drüben. Darf ich hier trotzdem in Ruhe angeln? Fragezeichen. Oh. Wichtig. Ach, das ist da oben wieder. Na dann. Ja. Besser. Besser. So. Und jetzt noch ne Angel. Jetzt ist halt die Frage, kann ich angeln? Und ne Waffe bekommen dafür. Jetzt haben wir wieder diesen komischen Dings. Oh, ja. Dich hab ich gezogen, ne? Dich hab ich geangelt. Sehr gut. Okay, mit diesem Revolver müssen wir jetzt Schaden verursachen. Hoppala. An einem Gegner. Also schön den Revolver behalten. Und damit den Gegner treffen. Okay. Dafür müssen wir aber erstmal den Gegner finden. Und zwar nicht vorher gefunden werden. Aber hier sind Schüsse. Also auf jeden Fall ist da irgendwas im Gange. Solange die noch weit weg sind, können wir uns auch ruhig, ruhig nähern. Völlig ungefährlich. Oder zählt der Hai auch als Gegner? Das wär natürlich einfacher. Ja, ich liebe das, dass Gegner Tiere als Gegner zählen. Das macht es so viel angenehmer. Sehr schön. Damit haben wir nämlich die Wochenaufträge jetzt auch erstmal erfüllt. Ja, du bist jetzt ein bisschen getriggert. Das tut mir leid. Eigentlich nicht. Okay, Bugibombe müssen wir auch noch machen. Dann komm mal her. Jetzt finden wir ja Leute zum Tanzen. Ja, hier läuft auf jeden Fall jemand. Ich hab nicht getroffen. Ich weiß nicht, warum ich hatte den voll drauf. Egal. Aber einmal haben wir jetzt jemanden zum Tanzen gebracht. Das ist doch schon mal was. Trotzdem komisch, dass ich den jetzt nicht getroffen... Mah, schlecht. Einfach schlecht gespielt. Ich hatte voll drauf. Irgendwie hab ich mich nicht getroffen. Weiß nicht warum. Na gut. Nächste Runde. So. Gleich weiter. Wir müssen keine Waffe mehr angeln. Auch wenn ich sagen muss, die Waffe, die wir geangelt haben, war halt extremst gut. Und insofern ist es gar nicht mal so schlecht, was zu angeln. Aber darum geht es jetzt nicht mehr. Jetzt würde es noch darum gehen, mit Bugibomben jemanden zum Tanzen zu bringen. Das könnte man jetzt noch versuchen zu verfolgen. Ist jetzt aber nicht. Nicht das Wichtigste. Wichtiger wäre es einfach mal, glaube ich, eine Runde gut durchzustehen. Wir haben gerade keinen Kill mitgenommen. Wir haben nur die Mission mitgenommen. Was ja auch grundsätzlich erstmal okay ist. Aber da geht mehr. So. Oh, wir sind hier nicht alleine. Sehe ich das richtig? Dann hau ich erstmal ab und wir gehen zu dem Häuschen hier. Ähm. Okay, habe ich die Zeit? Muss ich hier gleich mal... Scheinbar ja. Ja, okay. Gut. Okay, wo müssen wir hin? Okay. Ist in Ordnung. Ist nicht so weit. Aber wir sind schon voll. Und... Aber wir sind in Ordnung. Okay. Da läuft jemand, ne? Ja, da hinten. Ach, scheiße. Ich hasse es, wenn ich auf mich aufmerksam mache, ohne Erfolg. Immer das Gleiche. Mit dir habe ich schon drei Millionen Mal gesprochen, ne? Egal. Du kannst mir trotzdem was geben. Danke dafür, Iblali. Nice. Ich bin so schlecht manchmal, ne? Gott war das schlecht, echt. Ei, 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 ei. So, den nehmen wir mit. Also schlecht im Sinne von, ich habe halt viel Munition verschwendet. Ich habe natürlich gewonnen so, aber... Es hätte halt deutlich besser laufen können. So meinte ich das jetzt. Bessere DMR, immerher damit. Und den ersetzen wir jetzt mal durch den Kollegen hier. So. Warte, da war doch eine bessere Schrotfinte, bin ich dumm. War da nicht... Ja, genau. Ja, genau. Okay. So sollten wir doch ganz gut ausgerüstet sein, erst mal. Jetzt ein Auto schnappen und dann hier weg. Wo muss ich hin? Ach ja. Hatten wir schon mal geguckt, habe ich nur wieder vergessen. Gut. Ich bin... Uh, mein Gott. Bin ich gerade erschrocken. Äh, ich bin jetzt schon zufrieden, weil wir schon... Ordentlich... Kills mitgenommen haben. Das ist nie verkehrt. Allerdings bräuchte ich jetzt ein Auto. Gibt es hier kein Fahrzeug mehr in der ganzen Stadt? Mein gut, ja, sie sieht ein bisschen ramponiert auf. Was höre ich denn da? Ich höre Dinge. Und das ist noch nicht die Zone, weil die ist noch weiter weg. Ich weiß nicht, was ich da gehört haben will. Ach, da... Ach, wahrscheinlich habe ich die... Die da vorhin... Die Viecher da gehört. Das könnte... Oh. Was ist denn seine Mission? Komm, steig aus. Ich glaube, er will nicht aussteigen. Ja, tschüss, ne? Ähm. Er fährt einfach mal... Der Zone entgegen. Das kann er grundsätzlich tun. Na gut, dann laufen wir. So weit ist es ja doch nicht. Ein bisschen Munition mitnehmen. Ah, jetzt kommt er wieder. Scheiße. Ich hätte ihn doch so... Oh, Mist. Ich hätte ihn so gerne noch gekillt. Ach, shit. Ah, shit. Ist der da noch irgendwo jetzt? Nee, ne? Ah, shit. Nicht mein Kill damit. Ja, war jetzt nicht so gut. So kommt der da jetzt irgendwo noch her. Ja, natürlich witzig. Ach, sorry. Oh. Hat das Tier gerade als Kopfschuss gezählt? Man kann mit den Tieren auch Kopfschüsse-Missionen machen. Man kann mit den Tieren so viel sich vereinfachen. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar, was man sich mit den Tieren alles an Missionen vereinfachen kann. Das ist ja voll witzig. Okay, wo muss ich als nächstes hin? Okay, jetzt muss ich ein bisschen weiter. Okay, aber da unten können wir jetzt wirklich ein Auto jetzt holen. Mehreres sogar. Da hatten wir früher mal unser Bäumchen. Lang ist es her. Ich würde mich gerne noch hier ein bisschen einmischen. Nee, du bist, du bist nicht mein Gegner. Da. Ich habe euch nichts getan. Du greifst mich hoffentlich jetzt nicht an, Kollege. Auch wenn die Musik abgeht. Aber ich habe euch nichts getan. Wer ist da irgendwo rein, ne? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Oh, Alter. Oh, ich komme hier gar nicht... Doch, ich komme hier schon dahin, wo ich hin will. Zumindest einigermaßen richtungstechnisch. Ja, doch, doch, doch. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Da fällt auch eine Auto. Oh. Da brennt es ein bisschen. Dann wird er auch geschossen wahrscheinlich. Ja, da springt der Rainer rum. Und ballert ordentlich Dings durch die Gegend. Du bist ein Bot. Oh, und wir müssen in die Richtung dann weiter. Okay. Da kommt einer mit Dings an. Kriege ich den? Ich bin mal ordentlich vorgeschossen, aber... Ich werde gerade leider selber beschossen. Aber dann klären wir das halt so. Ist kein Thema. Mann! Warum haust du denn ab? Hat wahrscheinlich nicht sonderlich viel. Okay, jetzt aber. Uh. Bessere Pumpgun. Immer her damit. Und den kann man stacken, ne? Genau. Sehr schön. Gut. Da sind wir doch ganz gut ausgerüstet, würde ich sagen. Bisher. Uuuh. Okay, das Southpack ersetzen wir jetzt durch... Ich würde sagen... Hm. Gehen da hin. Bin so schlecht. Na gut, dann komme ich eben zu dir. Oh nein! Schlecht. Scheiße. Ich hätte die Waffe wegführen sollen. Ah, war blöd. Ah, war blöd. Egal. Wir haben wieder schön hier Kills mitgenommen. Passt. Passt. Okay. Wir stehen jetzt bei... Bei wie viel stehen wir jetzt? Eliminiere 26 von 30. Eieieiei. Okay. Ja, eine Runde machen wir noch in dem Part. So. Machen wir weiter. Wisst ihr, was ich gerade überlege? Es heißt doch, bringe Gegner zum Tanzen, ne? Gilt das auch bei Tieren? Das wäre halt super witzig. Werden wir ausprobieren. Sobald ich eine Boogie Bombe habe, werde ich das bei einem Tier ausprobieren. Wäre lame und witzig zugleich. Okay, so. Ja, wo gehen wir denn mal hin? Ich weiß auch nicht. Starten wir halt mal wieder in der Wüste. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Bei dem Kran war ich, glaube ich, auch bisher noch ganz selten. Oh, guck mal. Hier sind auch ganz viele Orte zum Angeln, theoretisch. Aber ich will ja nicht angeln. Nicht mehr. Die Angelmission ist durch. Sehr schön. Sehr schön. Das ist doch schon mal. Das ist doch schon mal ein ordentlicher Start hier. Das ist doch schon mal ein ordentlicher Start hier. Sehr, sehr, sehr gut. Dann können wir hier in Ruhe chillen. Dann ist alles gut. Ah, da oben ist noch eine. Okay. Ja, let's go. Dum-di-dum. Oh, Revolver ist auch nicht schlecht. Muss ich gestehen. Habe ich mittlerweile auch schon. Oh! Okay, 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 okay. Dann ersetzen wir den durch das. Und wir ersetzen das durch das. Und dann verschieben wir das mal so ein bisschen noch. Und erst schon Schrotflinte. Sehr geil. Würde ich fast dann so machen. Okay. Nice, nice. Die sind relativ schnappig, diese Schüsse. Sogar sehr nah. Oh. Hm. Bleib hier. Haut der einfach ab. Ich glaube, es geht los. Da ist noch einer. Ja, das. Da hat einer die Maschinenpistole-Dings aufgeladen. Dieses aufladbare Ding hat jedenfalls einer. Aber der scheint nicht mehr hier zu sein. Okay. Und mit dir kann ich auch mal kurz sprechen. Riss aktivieren. Kokosnuss. Sturmvorhersage. Nee, das ist alles nichts, was wir brauchen. Was kann man noch so mit denen? Nix, ne? Was ist jetzt schief gegangen? Nichts. Alles gut. Was sind das jetzt hier für Symbole? Ah, Kopfgeldtafel. Ach, und das andere sind solche. Okay, ich verstehe. Wo ist die denn? Ach, da. Wird immer ein bisschen interessanter mit so einem Kopfgeld. Manchmal erwischt man jemanden, manchmal nicht. Wir werden sehen, ne? So, aber ich sollte mir so langsam etwas weiter nach vorne begeben. Es ist ja nicht weit bis dahin, so zum Glück. Und daher sind auch schon wieder Schüsse. Ware zu nehmen. Ah, da ist dieser Tempel. Okay. Okay. Nein, da haben wir gerade keine Buki-Bomben, aber hier werden jetzt Tiere. Zum Testen. Schätze, meine Dings wird auch gleich weg sein, mein Ziel, weil... Ich glaube, da wo ich... Oh. Da wo ich hingehe, ist auch die Person scheinbar. Und da wird auch schon geschossen, also... Könnte sein, dass die gleich weg ist. Wobei es sie doch ein bisschen... Wow. Mein Gott. Ja, und jetzt wieder abhauen. Das habe ich gern. Erst schießen und dann abhauen. Na, warte. Der ist da hoch, ne? Safe ist der da hoch. Oh. Der ist jetzt schlecht. Aber machen nix. Very much 66. Okay. Meinetwegen. So. Ist da irgendwas Spannendes? Oh mein Gott. Wo denn? Wer denn? Hilfe. Ah, da vorne. Meine Kills. Alles meine Kills. Und noch einer. Nice. Sehr, sehr nice. Drei Kills. Und noch einer. Ich weiß nicht, hier sind noch viel mehr. Was ist denn heute los? Was ist denn hier los? Kommt her. Ah ja. Okay, das war mein Kopfgeld. Aber egal. Darum geht's ja nicht. Je mehr Kills ich übernehmen kann, umso besser. Die oben, das sind die unten. Nicht oben. Nein, nicht laufen. Das macht Geräusche. Bist du blöd? Nein, nicht oben. Man könnte meinen, ich wäre in der Bot-Lobby. Vielleicht bin ich's auch. Ich weiß es nicht. Aber hey, Kills sind Kills. So, scheiß, ich muss weiter. Haben wir irgendwas zum, zum... Schwierig. Fahrzeuge, irgendwas? Nee, grad nicht. Okay, wo muss ich denn hin? Oh je, das ist ein bisschen. Utsch doch. Utsch doch. Okay. Okay, ja, das war ich, äh, ein bisschen schlecht jetzt. Egal, wir haben richtig viele Kills mitgenommen. Das ist damit eine erfolgreiche Runde für mich gewesen. Wir sind nämlich jetzt schon, guck mal. Oh, bis 50 geht's jetzt. Okay, aber wir sind jetzt schon bei 55 und vorher hatten wir noch irgendwas von 35. Also, ne? Haben wir ordentlich aufgeholt. So. Dann gehen wir jetzt ins Menü zurück. Dann gehen wir jetzt ins Menü zurück. Und schauen uns kurz an, was wir alles in den letzten paar Runden mitgenommen haben. Das ist, äh, sehr spannend. Okay. Jawoll, zwei Level-Aufstiege. Sehr schön. Oh, es war gar nicht so viel, was wir mitgenommen haben, weil der Rest war natürlich EP war. mit den Missionen. Okay. Ist auch in Ordnung. So. Genau. Hier ist aktuell nichts mehr zu tun. Das geht ja mit der Zeit immer weiter. Hier haben wir jetzt halt noch, ne? Hier sind es in beiden, sind es in vier von fünf. Überlebe Sturmfassen läuft, wie gesagt, automatisch. Und das hier halt, ja, ne? Das dauert halt noch ein bisschen, bis wir da oben sind. Jeder Kill hilft voranzukommen. Aber hier braucht es zum Beispiel nur noch eine Mission und dann hätte man das auch schon. Vielleicht muss man gar nicht alles davon machen. Vielleicht muss man gar nicht alles davon machen, weil der Rest ist, glaube ich, EP, wenn ich mir das so angucke. Gut. Einen dritten täglichen Auftrag haben wir jetzt vergessen, ist aber nicht so schlimm. Und wöchentlich bleibt jetzt nur noch die Boogiebombe und immer noch dieser Setzling hier. Alles nicht so dramatisch, alles nicht so wichtig. Ansonsten sind wir auch ganz gut beim Einsammeln, wenn ich mir das so angucke, ne? Wenn ich mir das so angucke, sind wir wirklich ganz gut beim Einsammeln. Kann man machen. Passt. Hier fehlt auch gar nicht mehr so viel. Und neue Aufträge kommen noch dazu. Okay. Ja gut. Wir sind Level 8, 79, fast 80. Es geht auf die 100 zu. Aber das wird jetzt natürlich immer ein bisschen länger dauern, weil jedes Mal mehr EP und so weiter. Sieht man ja. Yo. Ist halt jetzt viel so normale Runden, ne? Weil halt sammeln. Richtig weiter geht es dann ja hier. Gute Vibes. Erst in 14 Tagen. Also das ist noch. Da ist noch viel, viel Luft nach oben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.